Eine gewisse Begeisterung für Fahrzeuge können wir nicht leugnen. Wollen wir auch gar nicht. Denn mit unseren weit über 1000 Mitarbeitern arbeiten wir täglich daran, dass sie diese Begeisterung uneingeschränkt mit uns teilen können. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie zukünftig bei allen Anliegen rund um Ihr Fahrzeug nur noch einen Ansprechpartner haben, dann sind Sie vielleicht auch begeistert. Bis zum nächsten Mal.